Moin Leute, herzlich willkommen zum TFF Test. Heute gibt es einen kleinen Vergleich zwischen dem Doppelknall von X-Blood und den allseits bekannten Flashbangs vom Lidl. Wir sind sehr gespannt drauf, wer da besser abschneidet und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß mit dem Video. So, dann machen wir die Flashbangs mal kurz auf die Seite, packen die Doppelknall von X-Blood aus. Zwei Stück raus. Genau, Doppelknall, der Name kommt daher, dass sie einmal hier unten explodieren, einmal hier oben wie ein Bombenrohr. Ganz nice auf jeden Fall. Feuerzeug habe ich... Ja, das habe ich. Nicht! So, jetzt habe ich... Genau. Erstansinnung hier, perfekt, da haben sie direkt was fertig gemacht zum Abreißen. Sehr gut, X-Blood. Ja, wir haben dir beim letzten Mal Fallstrom angezündet, haben wir hier oben angezündet. Ja, und dann hast du... Und dann haben wir uns gewundert, warum die so schnell losgehen. So, legen wir direkt los. Ja, das ist schon geil. Das ist schon geil, wenn dieses ganze Teil mit nach oben fliegt. Das ist schon nice. Gucken wir mal die Nummer zwei. Okay, der ist nicht ganz so hochgekommen. Nehmen wir noch mal einen aus der Packung. Und dann holen wir mal die Flashbanks dazu. So, nehmen wir hier auch schon mal die Anzündschnur frei. Genau, dann würde ich sagen, machen wir erstmal noch einen Flashbanks dazu. Und dann machen wir beide gleichzeitig. Ja, die sind auch super stark. Also, werden Sie jetzt sofort sehen, wenn wir den Direktvergleich haben, versuche ich mal beide gleichzeitig anzubekommen. Ich starte mit dem Flashbang. Sehr gut. Joa, von der Lautstärke beide sehr ähnlich eigentlich. Und der Doppelplan ist nicht so hoch geflogen. Der war ja vielleicht halb so hoch wie der Flashbang. Trotzdem ganz lustige Teile. Ich meine, hier haben wir auch einen ganz anderen Effekt. Das explodiert unten nochmal und die komplette Ladung fliegt mit nach oben. Geile Teile auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt uns was in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Riechensgeiler Scheiß. Es eskaliert.